So Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video und zwar heute wieder ein Turnier-Video. Das ist nämlich der Placement Cup zusammen mit Hype das Finale davon. Im letzten Video habt ihr ja schon die Open-Runde gesehen, da konnte jeder mitspielen, der 2000 Arena-Punkte hat. Und die 1400 Duos sind ins Finale gekommen. Jetzt sind wir nämlich im Finale drin und das Ziel ist, unter die Top 200 zu kommen. Denn die Top 200 Duos werden sich hier qualifizieren für die Elite-Division, können damit die Turniere spielen, wo es Preisgelder gibt. Und außerdem sind die automatisch in der FNCS schon mit drin. FNCS ist ja dieses Season ein bisschen anders das ganze System, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Nämlich nur Elite-Spieler können mitspielen, das heißt ungefähr 440 Duos werden es sein. Das heißt, diesmal kann nicht jeder FNCS mitspielen. Deswegen ist es auf jeden Fall ziemlich wichtig, heute schon sich zu qualifizieren. Und das Punkt ist, dem blende ich euch auch einfach mal ganz kurz ein, das ist auf jeden Fall ziemlich auf Placement basiert wieder. Unser genaues Placement seht ihr wieder am Ende des Videos. Ich würde sagen, falls ihr noch neu seid und euch das Ganze gefällt, auf jeden Fall nochmal ein Abo dalassen auf dem Kanal. Hier kommen natürlich noch mehr Turnier-Videos. Ich habe jetzt wieder angefangen, Competitive richtig zu spielen, das heißt, ich spiele wieder alle Turniere. Wenn ihr das Ganze supporten wollt, einfach ein Like dalassen, abonnieren, wenn ihr noch neu seid und auch vielleicht einfach mal einen Kommentar schreiben. Und natürlich auch nicht zu vergessen, der Creator-Code auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit einzusupporten. Einfach dafür Code-Ropnik in den Itemshop eintragen und dann würde ich sagen, auch Dankeschön an jeden Einzelnen, der das macht. Und wir fangen direkt an mit dem Video. Also, viel Spaß. Warte, wenn er ausmacht hat, 3, 2, 1, ist das jetzt. 5 gequacked. 30. Der Fischer hat einen Hammer. Ich habe ihn 50-Walt-Küttel. Tot. Er hat links liegt gemacht, ist der dumm. Krieg ich es rein. Ich gehe in den Teilen, komm. 3, 2, 1, jetzt. 100. Ich habe Mist. Oh mein Gott, der ist durch meine Kone durch. Jetzt haben wir rein, machen wir ihn zusammen. Okay, nice. Die rampen bei mir hoch, ne? Die brauchen einen Search, glaube ich. In meinem Gesicht. In meiner Box. 1 HP, dead. Nice, wichtig. Nimm das Pad on me, bitte. Warte, 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 warte. Der Typ ist hier bei mir. 100. Er ist tot, er ist tot. Geil. Ich habe einen Hammer, die brauchen das Pad nicht. Die Hammer. 1 HP, 1 HP, dead. Komm her, komm her. Ist es dein noch? Ja, ja, ich komme. Ich versuche ihn runterzuspälen. Er ist schon heute. Er ist schon heute. Er ist schon heute. Wir müssen rein, oder? Ja, 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 geh rein, geh rein. Als ob es nicht zugegeben wird. Dead, dead, dead. Oh mein Gott. Links oder rechts von dem Sohn. Rechts. Okay. Es geht einfach noch weiter rein. Ah, ah, dead, 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 der fight, dead, der fight. Komm, komm, komm. Der ist weggegangen. Ich gehe für den Refresh. Keine Mets mehr gleich. Wie viel hast du? Ich habe neun Wände. Hier, hier, hier. Ich connect nochmal, okay? Ja, ja. Einfach springen, einfach springen. 30. Oh, nicht viel, dead. Nein, das kriegen wir aber nicht. Alter. Unter uns direkt. Ja. Hinter uns aufpassen. Vielleicht hinter uns aufpassen. Auch die anderen hier als Lecho. Lass mich gehört. Ja, 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 ja. Lass einfach haben, lass nicht kommen. Hammer, 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 Hammer. Bin da? Wir sind auf einer Treppe. Wir sind nicht gut connected. Die wollen hochkommen. Geben sie nicht. Sie haben Eierflotte. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ganz viel, ganz viel, ganz viel. Wir haben keine Mets mehr. Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Hin sie uns auch einmal. Pass auf. Ich habe keine Mets mehr. Ich gehe für Mets. Mach. Pass auf, pass auf. Komm auch, bitte. Simon, Mets. Komm, komm, komm. Ich habe. Ist doch ein bisschen. Budget. Was unter uns auf. Komm mal ein bisschen auf, bitte. Ja, alles gut, alles gut. Einer ist direkt unter mir. Pass auf, die könnten klettern. Ja, Devils Hightop machen. Die gucken auf Hight. Die gucken auf Hight. Ich habe sie um Mets, aber bin in Höhen. Ich bin auch oben. Können wir ein bisschen sprayen noch? 30 dead. Nice. 2, 1. Ich gehe noch für den Kill. Ja, geh doch. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn. Let's go. Let's go, Digga. Erste Runde, erster Win. Wie gut sind wir? 17 Killwin ist strong. 15 Killwin. 11 Killwin auf der 10. Ist auch strong. Vor mir, vor mir, Solo gerade. Der andere hat Video-Projekt nirgendwo, glaube ich. Ich werde vom anderen getaggt. Peace. 100 durch 6. Echt jetzt, geil. Ich habe den anderen Minus 50 schon. Wir gehen nach hinten. Box. 80. Ich drücke. Ja, okay. 100. Die gewonnen. Nice. Deswegen. Hey, ohne fucking Mets braucht das echt nicht. Boah, wir müssen Frenzy Fields laufen, ne? Zone ist ganz auf der anderen Seite der Map. Auch gleich vielleicht. Ach so, wir sind beide da. Oder mal vielleicht. Links, 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 Leute. Leider, replay. Bin so ein. Ja, okay. Und also 1 HP, 323. Mach auf. Der ist Solo. Okay. Der andere kommt jetzt in Zone. Ich bin neulich bin. Ich bin drückt. Hab ihn noch, hab ihn noch. Du kommst, du kommst, du kommst. Die sehen ich? Noch, Digga. Ich hatte 100 HP. So, Digga, ich weiß nicht mal, wie der offen ist überhaupt. Ach, Mann, Digga, als ob wir da jetzt sterben. Wer will rein? Ich bin, ich meine, ich bin nicht immer. 100. Nice, ich geh von oben. Und ich spiel beide, beide quick. Hab ne Wall. In meiner Box. 100 dead. Dead. Greif. Das hast du super gemacht. Ich wusste kaum was machen. Ich brauch unbedingt noch mehr Healing. Ich hab zwei Minis und drei Splashes nur. Wollen wir nochmal da hinten gucken, bei diesem, ähm, Schlüsselding? Vielleicht? Ja, lass kurz machen. Das ist ein Chili-Splasher. Ich hab nur einen Schlüssel. Ah, du hast auch einen? Ja. Okay, das ist krass. Da oben liegen noch Minis. Wow, Chili-Splasher, die sind so gut, bro. Ich bin tot. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, was war? Das Connect. Und wir haben leider nicht die Games dafür, aber... Ich hab den Hammer weg. Nein, geht nicht. Also, body peace. Der andere Impuls trinkt auf den. Der House is one. Nice. Ich auch, komm mal. Muss verstehen. Pass auf, die sind um. Ich werde vom anderen Team, ich werde vom anderen Team die ganz weg. Ich werde vom anderen Team die ganze Zeit von der Seite. Ja, man, dann kommt die nicht. Ich bin da hinten aus, hinten aus. wir müssen einfach nur hammer und endgame das ist alles echt nicht so schwer eigentlich seit trotzdem gut dabei geht so vor einer halben stunde hatten wir doppelt so viele punkte wie cool und jetzt sind wir gerade punktgleich und das hat echt nicht gut wir haben nur fünf games das ist absolut nicht gut mal schauen fünf games haben wir noch kann alles sowieso noch möglich sein absolut 215 und direkt ein erst runter andere kommt weiß wichtig vielleicht einfach mal wieder für ein gutes gefühl weiß dass jetzt nach der runde so 160 150 punkte haben das wäre schon krass er kommt so sehr gut er will er weg haben wir nicht haben auch in 120 dreckig stücker können noch fahren wir kommen ab zusammen ding jetzt hast wir brauchen das jetzt unbedingt wir haben wir nicht können doch einmal dieses game soll ich noch mal für 100 gold ja ja jetzt habe ich nur scheiße her so ich party ballon time machen oder was ich habe vor ja das ist krass auf dem berg ich gehe aber ich habe nach vorne ich habe einen sohn erstmal ich bin bei dir und da ist bist du da ich bin jetzt da ja ich glaube ich glaube ich hast du auch die menschen kann man machen kann es mir ein bisschen höher als so das kommt dann ich habe sie jetzt noch ist noch die 0 die 0 die wir sind fix und so brauchst du was nehmen wir wollen wir haben aber ich bin kaputt etwas ich bin noch nicht spiel du musst du bekommst du musst nicht und doch wie das bitte ich weiß ich dachte wir und folge spät von vorne ja wir mussten links um alles was uns soll egal 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 gute runde gute runde diese eine streckte oder tot ich bin mir nicht erst der stadt wie man eine hielte gerade hinten mein hammer geht nicht ja wirklich was ist das für ein game und hier sind welche wir haben schon gefahren und die wollen unsere anboxen wir gucken was wir machen jetzt noch mal mit mir das kommt weg kann man sage ich ehrlich die anderen komponenten die kommen immer noch die brauchen unbedingt wir müssen vielleicht sogar noch mal weg kann man ich weiß nicht nach süden hinter dir okay diese wieder bei mir habe keine ich habe keine hat mir nur noch holz hier wird sich das ist noch 150 was machst du ich habe so gut ich bin ich bin direkt bei der wo bist du ich komme dazu ich bin in ich bin in metal eingebaut oh mein gott bei mir ist ein ganzer weg er ist mir wieder ich bin bei dir komm rein 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 okay und das ist das ich habe so viele jetzt kommt jetzt ja bitte ich bin bei der soll dort auf ich muss noch mal zu gucken okay ich bin runter gefallen es ist top 5 noch so lange du kannst noch so eine top ten runde oder sowas dann sind wir wir haben eine eine hat mein haus wieder noch dann kommt es mir oder das müssen wir den märk pushen können erst alleine doch erst hier ist es 50 wir sind hier oben auf dem werk er kommt jetzt wirklich nein oder wir könnten halt gehen aber ich glaube die können wir können nicht gehen wir müssen warten wir haben doppel hammer unter uns ja okay ja stimmt muss aber nichts machen erst mal jetzt sind jetzt hocken die einfach so lange über uns die können search machen und wir chillen hier und müssen warten gott sei dann haben wir schon was gemacht gott sei dann haben wir schon search wir gehen ja bitte haut ab die haben wir euch doch mit metz haben wird es nicht mehr so krass wir können höchstens dieses bisschen holz mit dem und dann den dicken stein wieder einbauen ja einen einzigen ich habe es auch zwei splash aus dem ich bin ja mit einem schuss checkt noch die ganze leute wir können die ganz schweigen gerade die sind jetzt gerade ist da du musst rein und ich habe sie leben ja ich wollte eigentlich schuld haben verpasst bleib auf uns und bleib im sohn ich habe keine abmess mehr nur was soll ich habe gerade genau aufgemacht werden jetzt schon rechts gehen ich habe keine metz mehr was was vielleicht was das noch nein aber doch viel ich habe zwei wände auch der feeling ich habe halten hammer er behalten aber erst mal schön ich rede ich werde ganz weit links der logo und gehen aber wir werden halt einfach ansurtstag gefühl sterben danach wenn wir keinen nicht viel machen auf der rotation kannst du kommen besucht der mensch zu machen auf irgendwelche wenn du siehst 120 der mit nice komm rein wir kriegen gleich placements ich werde sterben wir jetzt nie im leben in sohn schaffen weiß er mich da durch ich glaube ich kann man nicht muss die hoch so klein ich bin so tot digger versuchen auch search durchzumachen weiß kein ton auf das null metz ist komplett null ob wir unter die einer stirbt oder so drei und vierzig könnte vielleicht nicht alle games sind durch alles ist durch ja ja first elite 173 sind wir fünf punkte waren das du jetzt nicht mal mehr wird nicht mal mehr überleben ist am ende aber guck mal werden werden wir gestorben da wurde natürlich gewillt hat werden wir auf 237 gewesen das wäre nicht cool dann wären wir 208 wir haben so einen geisteskrank hässlichen match verlaufen und ich will jetzt gucken wer uns da abgekämpft wo wir die schließblecher hatten das waren quisi und veno die uns abgekämpft haben die waren die ganze zeit lang da schon die hatten sieben kills nach zehn minuten